hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge grim legend 2 der dunkle schwan wir sind jetzt hier wir suchen noch die dritte fede wir schauen wir unsere data ist auch schon und dann schauen wir uns noch mal die Geschichte an jahren weint in the hope and they reach my children I pray that someone someone find a way to redeem us jetzt entschlüsselt da kommen wir nicht weiter das war das muss ich bis jetzt recht finde es jetzt wieder ein paar tage her wo ich das letzte mal da haben wir das genau da waren wir ja auch schon das hatte man auch die jungs haben jetzt alle gering i can do to help waiting here is driving me crazy aber sicher für euch ja das kann schon sein so er ist leider versteinet und machen wir nichts dran da hatten wir schon ich glaube hier haben wir noch was jetzt haben wir auch soweit alles erledigt da hatte man auch alles bis auf das da da hatte man noch nichts dran gemacht ja irgendwie unsinnig gewesen jetzt sagt er bestimmt gleich hier hinten klar totenkopf um schlüssel totenkopf da drauf das kann der sein was haben wir dann hier wir sollen bauen okay das ist auch mal nicht schlecht was haben wir hier drin ein liebter man hier nur so vorstellt den back of its hand so spritze was haben wir hier vor dem pilz vor der zutat nicht zuerst und nicht als zweites fragezeichen nach dem saft okay vor den pilzen nicht zuerst und nicht als zweites als zweites okay können wir noch was nein aber wir wissen jetzt was wir brauchen wir bauen einmal jetzt die wir brauchen die pilze wir brauchen die pflanzen und wir müssen denn das saft aus dem also zwölf pilze finden das sieht nur immer aus dass das 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 da war doch eine ich habe es doch genau gesehen da ist noch eine da hinten hat scheier versteckt jetzt jetzt fängt es wieder an noch drei stück fehlen da ist noch eine da fehlen doch noch da haben wir alles da ist noch eine kümmerlich aussehen dass wir haben wir sehen da ist mit liegt doch bestimmt irgendwo da ist aber nein so gut so gut nicht beschwere ich weil wir haben wo ist noch eine eine fehlt kommen macht weg den kram so einer fehlt wo bist du der eine wieder aber schwarzt sich versteckt da war ja eine da war eine da kann ich nichts weg tun da kann ich nichts weg tun da kann ich nichts weg tun so so oder so wir haben einen in die richtung gebogen ist noch nett so kann ich irgendwo gestrutt weg tun dass er vielleicht hinten dran ist anscheinend nicht das ist jetzt nur so pilz er springt einem bestimmten hat er ein bisschen anders aussehen als die andere menschen skinner gut den haben wir jetzt hier war keine pflanze glaube ich hier war aber eine pflanze denke ich nein 1 zurück hier war eine da brauchen wir das saft davon richtig so liste der fehlenden zutaten kann ich mir die nicht angucke ok hier brauchen wir das kraut da ist eins da ist eins da sind dorne da sehe ich aber da nach oben noch 2 das sind die dorne da ist noch eins wo sich versteckt hat nach unten und wir haben sie alle yes schnell wie der wind ja wir versuchen es wir versuchen es so was bauen wir noch mehr bauen die rote pflanze da war es bestimmt ne 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 da kommt auch immer wieder dahin war wirklich hier irgendwo noch ein nimmelbildspiel ne da war ja das können wir da was hinlegen ne ne da haben wir das ja wahrscheinlich mehr geholt ne 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 aber mir fehlt immer noch die pflanze glaube ich die hammer da war und leicht da komme ich nicht meine mutter drauf also wir können jetzt das hier hinbringen das und das also wenn die rote man die weiße pilze mehr hand in das sagt wir haben das also fehlt noch die beide entschuldigung bin ein bisschen erkältet deswegen könnte es aber öfters sind dass ich nur wusste ich hoffe dass es dir gut geht weil krank sein ist immer ein bisschen doch auch nicht richtig wir brauchen noch zwei blumen hier hatte man schon hier kommen wir so weit zurück hier sind nur die jungs die jungs vielleicht irgendwas was sag ich denn doch oder so also jetzt muss ich sie pflanzen in eine gute erde ja mein freund das menschen da jetzt haben wir schon die blauen und wir haben ja ja ich hoffe es auch so dann versuchen wir unser glück mit dem zeug zu mixe schniedel fix druidenmix so dann gucken wir noch mal vor den pilzen also wenn die pilze als erstes sind also vor den vorletzte zuzeit das wird also das letzte sind nicht zuerst und nicht als zweites also als drittes sind nach dem saft also das ist das zweitletzte das ist das letzte wir werden die pilze das erste sein dann kommt das dann kommt das also erst pilze dann das weil es ja erst das ist das vor den pilzen das doch dann die pilze dann kommt das als drittes dann müsste das die kräuter kommen ok also das war vor so dann kam die pilze dann habe ich gesagt kam äh 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 der saft dann kam die helle blümchen oh war falsch anscheinend gut noch mal einmal dann kam die dann kam der saft dann kam der saft das da ist das vorletzte das da ist das letzte dann müssen die das dürrlich sind also das 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 nach dem saft vorletzte zutat also das sind die letzte zu dann müssen auch die blümchen ja das sind ja falsch genau es gibt dann immer an dass es total falsch ist also das hat gestimmt dann das hat gestimmt dann das dann das machen wir das rein das war auch falsch gut nochmals jetzt probieren wir durch so bleibt hier nur noch als logische schlussfolge und die gut die dann ist das als vorletztes und das ist das letzte yes so was haben wir hier an die an die Versteinerungskrank ok suchen wir mal ob der mit dem funktioniert aufgabe erfüllt so und da das der papa ist geben wir ihm das 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 glaubst du aber so pfädenfäde die dann gucken wir mal so klasse baue eine straße die vom schwanenschloss zum adelsschloss führt ok das muss hier an aber muss das so wir müssen irgendwie hier rüber dann drehen wir das mal da kommen wir da was ist jetzt los das ist ja nicht normal falls jemand weiß was das sein könnte bitte schreibt es mal unten in die kommentare das ärgert mich so langsam ist bei vielen spielen so ok haben wir gar nichts drin dann müssen wir da hinten weg das so rüber das so das so das so geht das so nach unten das da rüber zack 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 das drehen wir in die andere Richtung noch ein zweiter zack 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 ja zack 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 das geht hier hoch zack 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 so wird es passen darunter oder so so geht es natürlich auch waldgeist können nicht durch magische portale reisen aber bleibt dann naja was soll es war ja auch ihre zeit erreicht nur noch ein fügel drinnen die exekution ist ab dem mensch war die frauen story the short version is your mother friend your wife my mother she has been acting strange but i'm not sure i can believe it was her all along but the important thing is neither will anyone else you need to prove her guilt in front of everyone i'll keep my mother busy while you get your evidence be fast dann neue aufgabe findet den geheimraum der faun dame findet beweise für die verschwörung der frauen dame ich bin mal gerade so hin die adler so was man hier noch doch immer nix so können wir durch jetzt endlich ich bin was sie mit dran das können wir doch eine von den vf der schon mal da brauchen wir noch die zweite da war noch viel mehr vögel drin naja gehen wir mal zum turm sie hat die other peacock feather with her in need to get it ja die andere fede erweilen sich ok das wollen wir mal einfach eine spinnen wie weit armes bringen kommen wir holen sich raus die lade mich nicht vorbei kann ich hier irgendwas stunden nein kann ich noch irgendwo anders gehen kann nur noch hier hoch und nur noch da hoch und auch nicht mehr zurück kann ich stehen aber ich könnte versuchen mir die spinnen zu öffnen da schlossknacker 10.000 jo ist ja gut oh wie du wie ein brave schwalbchen so sie hat die feder dabei versuchen wir mal mit der schwalbe was zu tun machst du nicht das wird sich jetzt schon dann hol mal schnell ich brauche weiß 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 ich brauche hier eine linieröbel so einmal zweimal 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 so jetzt ich brauche etwas anderes versuchen ich finde eine möglichkeit den flug auszuschalten ja das war falsch immer zurück kann man jetzt diese tägliche so wäre das anderes versuchen ok wenn ich so die mitte fluchtbreche kann warum dann nicht ja ja baby need stronger evidence ja drachenschuppe 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 der sieht aus wie drachenschuppe voodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe voodoo puppe ja Ah, hier ist der Klederpfanne, weil das ist ein bisschen wie eine Zauberlampe. Genie, Genie, wo bist du? Da. Zauberstab, oha, der kann ja alles möglich aussehen. Sterne. Feder. Feder hatten wir auch. Einmal. Feder hatten wir viele eigentlich. Drei brauche ich noch eine. Noch eine, eine, eine. Eine ganz große sogar. Aber ein Zauberstab, das wird interessant. Das ist mehr sehr. Ein Schwan muss ich wahrscheinlich basteln, ein Ring. Da ist schon mal eine. Ah, da liegt doch ein Zauberstab. Also es sieht immer so aus wie ein Zauberstab, jetzt haben wir es mal so. Spiegel, Mörser haben wir einmal, Schere, Kniegel, Schere, Parfum, Parfum steht hier. Kann man hier öffnen, nein. Ein Ring, Schwan. Oh, 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 oh. Jetzt lässt er mich nicht, wo ich die Schere sehe. Da ist es doch. Du ding, mach weg. so und jetzt müssen wir einen schwan zusammen basteln oder der ist versteckt schwan 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 ja da ist der schwan also der spau wie kann ich jetzt den schwan zusammen basteln wo kann ich nichts tun heide nein ich walbe schläf ja da hat recht würde ich abmacher aber die zeit ist leider wieder um ich bedanke mich bei euch fürs zusehen ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß wie ich in diesem sinne lasst bitte einen kommentar unten dran daumen hoch hilft nun gemein teilt mich abonniert mich in diesem sinne danke und tschüss